Das ist Regula. Sie hat den Berner Traditionstitel der Bund abonniert. Morgens hat Regula wenig Zeit. Der Bund muss warten. Regula muss ins Büro. Wieder keine Zeit, den Bund zu lesen. Gut, dass Regula sich längst auf der Bund-Website registriert hat. So kann sie ihren Bund immer und überall unbegrenzt lesen. Auch auf dem Smartphone liest Regula gerne. Oh, ein Kollege. Wieder keine Zeit, den Bund zu lesen. Mittagspause. Endlich kann Regula den Hintergrundartikel weiterlesen. Sie blättert durch das Bund-E-Paper. Und was ist in der Welt noch passiert? Regula surft auf derbund.ch Tja, wer gerne liest, sollte den Bund abonnieren. Regula erklärt ihrem Kollegen die Vorteile eines Bund-Abos. Der Bund berichtet hintergründig und fundiert über Neuigkeiten aus dem In- und Ausland. Auch online und mobile. Der Bund für jede Lesart.